Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Amamre Sankofa Tifa. Ich hoffe es geht euch allen gut. So, wir waren in Ghana. Ja, wir haben drei Wochen Urlaub in Ghana gemacht. Und es war wunderschön. Das Wetter war super. Das heißt, nicht zu warm. Nachts hat meistens immer geregnet. Und am Tage war Sonnenschein. Also perfekt für uns. Wir haben auch zwei Videos abgeloadet, wo wir am Strand waren. Und auch einmal, glaube ich, unterwegs in Sunjani. Das ist Bonn-Ahaven. Und ja, heute Abend habe ich richtig Bock auf Keliwini. Aber ich habe festgestellt, dass meine Cockbananen ein bisschen zu reif sind. Aber ich möchte trotzdem mal ausprobieren. Denn das Problem, wenn die Cockbananen zu reif sind, dann sorgen die zu viel Fett auf. Deswegen sind die nicht so gut geeignet für Keliwini. Also man kann sie am besten für Tatale oder Akakru verwenden. Aber ich will trotzdem mal gucken, ob ich trotzdem irgendwie für Keliwini verwenden kann. Ja, viel Spaß beim Zuschauen. So, jetzt möchte ich euch meine Zutaten vorstellen. So, wie ihr sehen könnt, habe ich hier drei sehr reife Cockbananen. Dann habe ich hier Salz. Hier habe ich Chili-Pulver. Ingwer-Pulver. Man kann aber auch frische Zutaten verwenden. Und hier habe ich was Spezielles. Und zwar, man nennt es, in Ghana nennt man die Huensien. So sehen die aus. Und der englische Name ist, glaube ich, Afrika Pepe. Das ist so eine spezielle Pfeffer und hat auch spezielle Aroma. Wird auch für Keliwini verwendet. Ja, und dann natürlich Öl. So, Salz habe ich schon gesagt. Ja, dann fangen wir an. So, ich fange jetzt an und schäle die. Oh, ja, die sind wirklich ein bisschen zu reif. Aber mal gucken. Guck mal, durchschneiden. Die sehen nicht gerade appetitlich aus, aber das hat nichts zu sagen. Die werden trotzdem gut schmecken. So, ich habe meine Cockbananen schön in Streifen geschnitten. Und jetzt kommen die Gewürze dazu. Zuerst mal werde ich so nach meinem Geschmack so ein bisschen salzen. Also nicht zu viel. Man kann auch mit den Händen arbeiten. Das ist meistens immer besser. So, dann die Gewürze. So, dann alles schön vermengen. So, mein Öl ist erhitzt. Und jetzt kommt die Kelle willi rein. So. Man darf sie zuerst nicht rühren, damit die Gewürze heften bleiben. Na, wenn man sie gleich rührt, dann, ähm, ja. Ähm, wie sagt man das denn? Dann gehen die Gewürze irgendwie von den Balanen weg in das Öl. Deswegen erst mal noch nicht rühren. Erst so ein paar Minuten warten und dann kann man sie dann umrühren. Okay, jetzt kann man vorsichtig drehen. So, dann gehen die Gewürze. So, meine Kelle willi sind, ähm, nach ca. 12 Minuten schön goldbraun geworden. Bei mittlerer Hitze. So, ich werde sie jetzt rausnehmen. So sehen sie aus. Sehr schön. Also, die Cockbananen waren nie zu weich, also nie zu reif. Ähm, aber trotzdem möglichst nie zu reife Cockbananen verwenden. So sehen sie richtig lecker aus. Also, persönlich mag ich, ähm, meine Kelle willi sowieso, wenn die Cockbananen ein bisschen reifer sind, also, aber jeder ist anders. So, sehr schön, ne? So, sehr schön und lecker. So, Leute, so sieht meine fertige Kelle willi aus. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und, ähm, möchte danke sagen fürs Zuschauen und, ähm, ja, bis bald. Mender was.